Hier sehen wir die Karlsbrücke, das Fahrzeugen von Prag. Wir fahren jetzt mit unserem Bötchen richtig schön unten durch. Die Leute winken alle. So, wir sind jetzt durchgefahren. Eine Moldau-Fahrt muss man auf jeden Fall machen, das ist ganz wichtig. Ich bin der Hubert, ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit meinen Videos und immer unten auf Gefällt mir drücken, dann seht ihr auch weitere Videos. Viel Spaß mit meinen Videos und bis zum nächsten. Ciao. Wir machen noch jede Menge hier in Prag, ihr werdet noch einige sehen.